Actually, I'll pray to begin. Ich fang an. Dear Lord, I pray for a blessing upon this camp meeting. Ich bitte dich dafür, dass du dieses camp meeting segnest. That you'll be here with us. Dass du mit uns hier sein wirst. Wir kennen die Aussagen, die im letzten Camp Meeting gegeben wurden. Die Geschichte, wo wir jetzt gerade das Privileg haben, Teil davon zu sein. Wir beten für deine Weisheit. Your guidance. Und deine Führung. Dass du nicht nur ein erfolgreiches Volk haben wirst. Schwach und krank. Aber dass der Erfolg herrlich sein wird. Für deine Herrlichkeit. Und die Erlösung der Welt. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Amen. Die ganzen Übersetzer sollten jetzt das Übersetzungsdokument bei sich haben. Ich möchte einfach noch ein paar Kommentare für die Mitglieder hier sagen, bevor wir anfangen. Ich möchte dieses Dokument von Zitaten nicht mit jedem teilen. Und ich erlaube auch den Übersetzern nicht, dass sie dieses Dokument jedem teilen. Und ich möchte gerne erklären, warum das so ist, damit Leute es verstehen können. Ich weiß, dass es da Mitglieder gibt, die keine Präsentationen schauen. Für die unterschiedlichsten Gründe. Und dann holen sie sich das, was wir lernen, durch andere Quellen. Sie sagen dann, wir haben keine Zeit, gib uns eine Zusammenfassung von dem, was am Campmeeting gesagt wurde. Und ich denke nicht, dass das eine sichere Art und Weise ist, ein Mitglied dieser Bewegung zu sein und so mitfolgen zu können. Und ich stimme auch nicht damit überein, wenn irgendjemand diese Möglichkeiten, diese Form ermöglicht, dass Leute es so machen. Also ich möchte nicht, dass ein Dokument, das lauter kleine Zitate hat. Und dass man daraus dann Annahmen herauszieht, was die Stellungnahme der Bewegung sei. Especially if people have access to this document. Weil wenn Leute jetzt Zugang zu diesem Dokument haben. Vor oder während der Präsentation. Und sie würden tun, was ich tun würde. Und dann, ich kann mich nicht dazu bringen, das aufzuhören. Und ich würde runter zum Schluss gehen, um zu schauen, wo führt das Ganze dann hin. So that is one, I think, broad reason why this document is not, will not be shared. Und das ist ein Hauptgrund, warum dieses Dokument nicht mit jedem geteilt wird. The second reason I don't want it shared. Der zweite Grund, warum ich nicht möchte, dass es geteilt wird. ist, dass ich manchmal von Quellen zitiere, wo ich nur diesen kleinen Teil ihrer Zusammenfassung oder dem, was sie sagen mag. Da gab es vor kurzem einen Artikel, der einen richtig guten Punkt gemacht hat. Aber dann hat sie einen richtig falschen Punkt über die Religion und Gott gemacht. Und ich wusste, ich konnte es nicht teilen. Denn ich wusste, dass Leute das Ganze nehmen würden und sagen würden, das ist die Aussage der Bewegung. Auch wenn das nicht so gewollt ist. Abgesehen davon, diesen kleinen Punkt oder die roten Faden, den ich wollte, der gesehen wird. Und Leute stolpern darüber, wenn sie ihre eigenen Quellen betrachten. Und ich möchte das so weit wie möglich vorbeugen, wenn es um meine Quellen geht, wenn ich sie teile. Ein dritter Grund, warum ich das nicht mitteile. In meiner Erfahrung, vor allem in den frühen Tagen meiner, wo ich angefangen habe zu lehren. Da waren es weitgehend immer Männer, die mich für diese Dokumente oder Notizen gefragt haben. Und die Anzahl von Hilfen, die die Männer in dieser Bewegung hatten. Den Betrag oder die Anzahl von Lehren, die die Männer und Hilfen, die die Männer im Gegensatz zu den Frauen in dieser Bewegung hatten. Von Anfang an war ich unwillig, mit diesem Trend einfach fortzuführen. Welches mit meinem anderen Punkt verbunden ist. Grund Nummer vier. Wenn ich etwas teilen möchte, dann wird es universal sein und auch bei dem Media Broadcast. So kommt es oder geht es zu allen. Und es ist nicht limitiert auf ein paar wenige. Ich möchte, dass Menschen oder Mitglieder die Präsentation anschauen, um den Kontext zu verstehen. Und während die meisten sich rechtmäßig verhalten, habe ich zu viele Beweise dafür, dass viele es nicht tun. Und mein letzter Grund, warum ich es nicht teile, ist dann, weil Leute dann den Übersetzern Druck drauf auf sie aufbauen. Sie schreiben den Übersetzern und fragen, hey, kannst du mir das geben? Und das ist eine unfaire Last für die Übersetzers, nicht ihre Aufgabe. Also bitte fragt die Übersetzer nicht nach den Zitaten. Alles, was geteilt werden muss, wird durch den Media Broadcast geteilt. Und ich hatte noch einen weiteren Punkt, aber den habe ich jetzt leider vergessen. Also die Übersetzer wissen, dass sie es nicht teilen sollen. Also wenn wir über die Geschichte betrachten oder sie ansprechen. Solange es betrachtet werden kann, dass es akkuat ist und man es auch in anderen Quellen wiederfindet. Manchmal finde ich eine nette Umschreibung oder Beschreibung in den New York Times. Das alt ist vor dem Internet, dass es einfach archiviert wurde. Other than that type of example, Wikipedia is really helpful. Und es sei denn, also jetzt mal ein anderes Beispiel, Wikipedia ist auch sehr hilfreich. And it's not that there's some top secret hard to access sources. Und es ist nicht so, als wären der top secret Quellen, wo man nicht weiß, wie man da so rankommt. Wenn man checken möchte, ob das so richtig ist, was er gesagt hat. Dann blockiere ich euch nicht, dass ihr das tut. Es ist eigentlich recht einfach. Also die Präsentation heute. Ich wollte, dass wir einfach nochmal zurücktreten und uns nochmal an geistige Gaben oder Spiritual Gifts erinnern. Ich habe Leute zuvor nochmal gefragt, dass sie nochmal die Präsentation von 2019 wiederholen. Es ist das internationale Camp Meeting in Deutschland. Es ist die Serie, die ich gehalten habe. Und dort ist es Nummer 9. Und dieses Video wurde nochmal mit allen geteilt. Und man hatte nochmal gefragt, dass jeder das nochmal bitte anschauen soll. Leute haben mich seit langem jetzt schon gefragt, Was sollen wir Leuten weitergeben, die nicht Teil dieser Bewegung sind? In the last little while, when I have engaged with those people. Vor kurzer Zeit, wenn ich mit diesen Leuten in Kontakt war. Especially on issues of equality. Vor allem, wenn es um das Thema Gleichberechtigung ging. Das ist, wo ich angefangen habe mit ihnen. Die neunte Präsentation des Deutschland Camp Meetings damals. Es legt von Eden zu Eden dar. Es hat die Zeitperiode, in der wir jetzt sind, wiedergespiegelt. Und es ist auch ein toller Zeuge für die Methode, die wir benutzen. Und wenn wir zu unseren Schlussfolgerungen kommen. Dann tut es Leute wirklich in eine Ecke hintreiben. Denn wenn man die Inspiration oder die Eingebung so liest, wie sie steht. Ohne, dass wir unterscheiden zwischen progressiv oder immerwährend. Dann bekommen wir ziemlich Schwierigkeiten. So das bedeutet ja jetzt nicht, dass wir nicht in Zitate glauben. Am Ende dieses Camp Meetings mag es sein, dass ich ein paar Zitate euch zuwerfe. Und Leute, die diese Zitate nicht mögen, sagen dann ja, du attackierst uns mit Zitaten. Und ich habe gedacht, dass diese Bewegung dies nicht tun würde. Wir tun das, aber wir wissen einfach, was nicht gemäß der Dispensation ist. Wir tun rechtmäßig das Wort Gottes teilen oder ausreden. Also es ist jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre her seit diesem Camp Meeting. Und wir haben Spiritual Gifts, geistliche Gaben, dem großen Kampf gegenübergestellt. Spiritual Gifts, Volume 1. Spiritual Gifts, geistliche Gaben, Band 1. You go to Chapter 33, we'll get into the thick of the action. Und wenn man dann zum Kapitel 33 geht, da kommt man gleich rein, dahin, wo wir hinwollen. The sins of Babylon. Nämlich zu den Titel, die Sünden Babylons. Chapter 34. Kapitel 34. The loud cry. Der laute Ruf. Chapter 35. Kapitel 35. The close of probation. Das Ende der Gnamenzeit. Chapter 36. Kapitel 36. Time of trouble. Die Zeit der Trübsal. Das sind nicht die exakten Titelnamen. It doesn't say close of probation. Es sagt zum Beispiel nicht Ende der Gnamenzeit. It says the third message closed. Es sagt die dritte Engelsbotschaft oder dritte Botschaft zu Ende gegangen oder zu Ende. Aber wir wissen ja, was das bedeutet. Also Geistliche Gabenband 1. Und wir sahen, dass dieses Dokument von Ellen White, Es zeigt uns auf, was hätte passieren müssen, wenn die Milleriten nicht in den laudizianischen Zustand eingetreten wären. Und wenn sie in diesen Zustand nicht eingegangen wären, Dann hätte es diese Sünde, hätte Offenbarung 18 in seiner Vollkommenheit erfüllt. Und diese Sünde war was? Die Sklaverei. Und das ist die Geschichte von 1798 bis 1863. Also was man hat, ist 1850 Als ihr Sonntagsgesetz 1861 Als ihr Gnade Ende der Gnamenzeit Und dann 1863 ist die Wiederkunft. Frage Wo fand denn dieser 1850er Kompromiss statt? In den Vereinigten Staaten Haben dann all die anderen Länder ihre Kompromisse auch hereingebracht? Nein, wir wissen, es ist eine Geschichte des Fehlschlags. Aber selbst mit der Geschichte des Fehlschlags Dieses erste Mal in der Milleriten-Geschichte Wäre ziemlich lokal auf die Vereinigten Staaten bezogen geblieben. Dieser Kompromiss war limitiert. Auch die Staaten, die damals die Vereinigten Staaten ausgemacht haben. Und wenn Leute ein Problem damit haben, wie limitiert die Größe dieser Geschichte ist, dann kommt doch mal zur Zeit der Trübser. Wie global war das denn? Welches Land oder welche Länder leiden unter einem Bürgerkrieg? Es ist lokal innerhalb der Vereinigten Staaten. Ja, wir wissen, dass die Botschaft nach Europa gegangen ist. Es war nicht komplett abgeschnitten. Aber die externen Ereignisse sind sehr stark auf Amerika zentriert. Und dann kommen wir zum großen Kampf. Hier kommen wir zum großen Kampf, Seite 578, Paragraph 3. Jetzt haben wir eine neue Zeit oder Geschichte. Die Prophezeiung in Offenbarung 13 erklärt, dass die Macht, die durch das Tier mit dem Lammähnlichen Vöhrern dargestellt wird, die an Erde und die alle darauf wohnen, dazu bringen wird, das Papsttum anzubeten. Underlined Portion Es wurde gezeigt, dass die Vereinigten Staaten die Macht sind, die durch das Tier mit dem Lammähnlichen Vöhrern dargestellt wird und dass sich diese Prophezeiung erfüllen wird, wenn die Vereinigten Staaten die Einhaltung des Sonntags durchsetzen, den Rom als besonderen Anerkennung seiner Vorherrschaft fordert. Jetzt wissen wir, dass diese Abfolge von Ereignissen in dem großen Kampf oder in der Geschichte des großen Kampfes wiederholt wird. Und hier macht sie jetzt aber den Punkt. But in this homage to the papacy, the United States will not be alone. The influence of Rome in the countries that once acknowledged her dominion is still far from destroyed. And prophecy foretells a restoration of her power. Doch mit dieser Huldigung des Papsttums stehen die Vereinigten Staaten nicht allein da. Der Einfluss Roms in den Ländern, die einst seine Herrschaft anerkannten, ist noch lange nicht zerstört. Und die Prophezeiung sagt eine Wiederherrschung gemacht voraus. End of the quote. In both the old and the new world, the papacy will receive homage in the honor paid to the Sunday institution Sowohl in der alten als auch in der neuen Welt wird das Papsttum in der Ehrung des Sonntagseinrichtungen gehuldigt werden, die allein auf der Autorität der römischen Kirche beruht. Also bevor Leute jetzt missverstehen, wie das ausschaut, Wenn du nicht weißt, wie das ausschauen wird, was macht man da? Die Huldigung des Papsttums Was tut man, wenn du es nicht weißt, wie das ausschaut? Man geht zu den Zusammenfassungen der Präsentationen von 2020 und 2021 You scan through the pages Und man geht durch die, ähm, durch die Seiten durch I'll do that now Das mache ich jetzt It's on the last page Es ist auf der letzten Seite April this year April 2021 Guadalupe Camp Meeting Das Camp Meeting von Guadalupe Presentation 2 Äh, die zweite Präsentation Homage through hatred Nämlich Huldigung durch den Hass Then you go to the Midnight Cry Webseite Und dann geht man zur Midnight Cry Webseite You go to Tess Lambert 2021 Geht zu Tess Lambert 2021 Go down till you find Guadalupe Und dann geht man hin, äh, bis man Guadalupe findet Click on Guadalupe Und dann klickt man auf Guadalupe Und dort die zweite Präsentation Und jetzt habt ihr kein, keine Entschuldigung mehr, das Ganze zu missverstehen Wir wissen alle, wo wir Informationen finden können Also werde ich jetzt hier nicht Zeit damit verbringen, den großen Kampf zu erklären Ich möchte nur den Punkt hermachen Sie sagt hier die alte und die neue Welt Was meint sie denn die alte Welt? 3SM Das ist jetzt, ähm, 3SM 392.1 Und das ist Seite 392, Paragraph 1 im Englischen Review and Held Review and Held February 7, 1893 7. Februar 1893 Paragraph 12 im Englischen Paragraph 12 Paragraph 12 im Englischen Right Controversy 450.1 Großer Kampf 450, Paragraph 1 im Englischen And 615.2 Und auch noch Seite 615, Paragraph 2 So we know the time period context Also wir wissen den Kontext der Zeitperiode Von hier an ist es dann einfach Von hier an ist es dann einfach Die sogenannte christliche Welt soll der Schauplatz großer und entscheidender Handlungen sein Also was ist jetzt das ganze Theater oder Schauplatz? Hier war es lokal Nur die Vereinigten Staaten Und es geht auch ein bisschen weiter, aber sehr wenig nur im Vergleich zu dem hier Jetzt betont sie die ganze christliche Welt Aber jetzt sagt sie nicht die ganze Welt Wenn deine Welt 1893 nicht christlich war Dann hättest du ein Problem mit dem adventistischen Konzept Dass es ein Sonntagsgesetz in den Vereinigten Staaten geben sollte Und dann ein Land nach dem anderen und noch eins Das war niemals ein Vereinigten Staaten-Ding Das dann jedem Land dann den Vereinigten Staaten folgen würde Die ganze Christenheit wird in zwei große Klassen geteilt werden Also die christliche Welt wird geteilt 615.2 Und jetzt noch das letzte Zart 615, Paragraf 2 As the Sabbath has become the special point of controversy throughout Christendom And throughout Christendom Religious and secular authorities have combined to enforce the observance of the Sunday The persistent refusal of a small minority to yield to the popular demand Will make them objects of universal execration Der Sabbat in der ganzen Christenheit zum besonderen Streitpunkt geworden ist Und überall in der Christenheit religiöse und weltliche Autoritäten sich zusammengetragen haben Um die Einhaltung des Sonntags zu erzwingen Wird die hartnäckige Weigerung einer kleinen Minderheit Sich der Forderung des Volkes zu beugen Sie zum Gegenstand der allgemeinen Verachtung machen Das war nicht weltweit Es war wenn, dann einfach nur die ganze Christenheit weit Ellen White hat niemals das Sonntagsgesetz zum Beispiel in Indien vorhergesagt Das sind weitgehend die christlichen, mehrheitlich christlichen Länder Mit der Betonung auf die Länder, die eine biblische Rolle spielen Und auch Teil der 1260 waren und der Regentschaft des Papsttums Also wenn wir jetzt spiritual gifts, geistliche Gaben sehen, dann sehen wir es wirklich sehr lokal Wir sehen ja nicht unbedingt, dass Rassismus und Nationalismus und dass das nicht weiter ein Problem war Und dass der Sabbat hier nicht gehalten wird, das ist auch nur ein großes Problem Aber die prophetische Geschichte ist hier sehr zurückgehalten Und wenn man den Bürgerkrieg sieht, dann ist das auch einfach, dass man das so sieht Also das hier Ist ein sehr kleiner oder enger Fokus Und hier haben wir jetzt einen größeren Fokus, die ganze Christenheit Keine der beiden war global Dann kommen wir zu unserer Geschichte Und ich tue ihr Aufzeichnenden, was wir bereits schon alle wissen Eva, Kain und Ham Der Chiasmus Die Rasse, die Anbetung und Geschleck Das war noch mehr lokalisiert als alles andere Das tut jetzt noch weiter sich ausbreiten Now we come to 1989 Und jetzt kommen wir zu 1989 Going to quote from the time of the end magazine Jetzt werde ich vom Zeit des Endes Magazins Zitieren The whole world is going to be brought to an eternal decision As the three angels' messages swell into a loud cry But the prophetic focus is on the part of the world known as Christendom Christendom, to understand this prophetic sequence We should view these scenes within the setting of the Christian world Die ganze Welt wird zu einer ewigen Entscheidung gebracht werden Während die Botschaften der drei Engel zu einem lauten Schrei anschwellen Aber die prophetische Schwerpunkt liegt auf dem Teil der Welt Der als Christentum bekannt ist Prophetically the focus is on Christendom The symbols associated with the prophetic testimony of this time and hour Must be understood within the context of Christendom See Testimonies Volumes 9 and 16 The main group of people to respond to the final message of mercy Comes from Christendom Prophetisch gesehen liegt der Schwerpunkt auf dem Christentum Die Symbole, die mit der prophetischen Zeugnis dieser Zeit und Stunde verbunden sind Müssen im Kontext der Christenheit verstanden werden Die Hauptgruppe der Menschen, die auf die letzten Botschaft der Barham-Kerzigkeit reagieren wird Kommt aus der Christenheit Also man hat die Vereinigten Staaten Die Millerite Geschichte Die Millerite Geschichte Dann hat man die Zeitperiode von 1888 Christendom Und die Christenheit Und 1996, was glaubt ältester Jeff? Es ist immer noch ein Sonntagsgesetz Und deswegen ist es immer noch die Christenheit Und man erkennt hier nicht die Auswirkungen einer neuen Dispensation Denn ich würde argumentieren, dass das Argument des Christentums dispensional bedingt ist Wenn das Problem oder der Test die Anbetung war Dann sehen wir, dass es limitiert ist zur Christenheit oder auf die Christenheit Das bedeutet nicht, dass die Leute in Indien zum Beispiel Dass sie richtig anbeten Oder dass sie nicht gemäß dessen, über das Beste, was sie wissen, gerichtet werden Aber die prophetische Rute Faden tut die Ereignisse auf die Christenheit beschränken Und als ältester Jeff das dann mit 1996 mit hineinzieht Würde ich vorschlagen, dass ich damit nicht übereinstimme Denn er erkennt nicht die Auswirkungen einer neuen Dispensation Wir haben die Milleriten Würde ich sagen, ist einfach limitiert Dann haben wir 1888 Christenheit Und dann hier haben wir die ganzen externen Ereignisse Es ist global Also wir haben ein globales Vor allem, weil wir da auch ein weltweites Web haben Aber ein Sonntagsgesetz Aber das Sonntagsgesetz ist auf die Christenheit beschränkt Nur der Protestantismus und das Papstum würde so ein Gesetz durchführen Aber dann kommt das Geschlecht Wenn man das Geschlecht sieht oder dorthin kommt, dann muss man das auch im Protestantismus und im Papstum sehen Ein Zeuge Wir sind in der Zeitperiode der Trübser Zeig mir einen Ort, der außer Acht gelassen wurde Das ist jetzt hier nicht der Bürgerkrieg Es ist global Es ist global Und auch die 10. und 11. Präsentation, welches dann die letzte war Hier passierte es, dass die Gleichberechtigung in unserer Botschaft hineingefestigt wurde Und es ist unsere Plattform, wo wir darauf argumentieren, warum wir die Geschlechter gleichstellen Und wenn man das jetzt mit unseren heutigen Augen nochmal sieht Dann sollte man sehen, warum die gleichgeschlechtliche Ehe unausweichlich in dieser Bewegung war Es war absolut deutlich in dieser Präsentation, wo wir hingehen würden Und das ist ein Grund, warum viele Leute nicht bis jetzt gewartet haben, dass sie gehen Also das sind mehrere Dinge, die ich aus dieser Präsentation mitnehmen wollte Leute denken, dass ich jetzt aggressiver bin in Bezug auf die Thematik von Gleichberechtigung Vielleicht waren sie nicht Teil der Zahl, die sich damals adressiert gefühlt hat Aber ich denke, eine Sache war sehr geplant oder so gedacht in dieser Präsentation Und ich hatte überlegt, ob ich das tun werde oder nicht Ich hatte so ein bisschen hin und her gedacht Denn ich wusste, es würde kontrovers sein Ich weiß, es würde rassistisch ausschauen Und ich hatte mich entschieden, es dennoch zu tun Denn ich wollte diesen Test, diese Dispensationen verwässern Nicht verwässern Wegen dieser Furcht Was ich getan habe, ist, dass ich 2015 Extern und intern aufgezeigt habe Und extern Haben wir die gleichgeschlechtliche Ehe gesehen Intern sehen wir die Frauenordination Extern hätten wir gesehen, was das Aufkommen von Hillary Clinton hätte sein sollen In dieser Zeitperiode verglichen wir und stellten wir den Adventismus und das herrliche Land gegenüber Und das herrliche Land hat ziemlich gut abgeschnitten Die Mehrheit des herrlichen Landes hat für Hillary Clinton gewählt Und wenn nur das herrliche Land gezählt hätte Dann hätten sie Frauen wahrscheinlich eingesegnet Und ich habe diesen Punkt, ich habe es mir schwer gemacht, aber ich habe es trotzdem angesprochen Bis jetzt bin ich damit durchgekommen, aber vielleicht jetzt nicht mehr Es waren andere Einflüsse, die das herrliche Land 2015 gestoppt haben Extern und intern Und im Adventismus War es vor allem die Repräsentation von Afrika, die die Fraueneinsegnung gestoppt hat Ich wusste, dass der Test damals schon das Geschlecht ist FFA, no one was going to leave that movement if we ordained a black man Niemand hätte die FFA oder niemand hätte die Bewegung verlassen Hätten wir an diesem Tag eine schwarze Person ordiniert, eingesegnet Elder Jeff already had Elder Jeff hatte das ja bereits schon getan But where had I come from Aber wo kam ich, also oder was hatte ich angesprochen From where was I just before Germany Wo war ich vor Deutschland Zimbabwe In Zimbabwe And I knew in Zimbabwe what I would be facing Und ich wusste, was in Zimbabwe mir entgegenschlagen würde Now there's a former leader of Zimbabwe Nun, da gibt es einen ehemaligen Leiter aus Zimbabwe Hasn't fully conceded he is the former leader Also, er ist noch nicht ganz abgeschlossen Er hat es so gesagt, er ist der vorige Leiter People think I can't see what's happening Leute denken, dass ich nicht sehen kann, was passiert On movement forums Auf den Forums von der Bewegung When these men start sympathizing with former members of the movement When diese Leute mit ehemaligen Mitgliedern sympathisieren Particularly former leaders from South Sudan Vor allem ehemalige Leiter von Südsudan Die die Leitung nicht verlassen haben, sondern die hinausgeschmissen wurden Wegen ihrem Sexismus Und ihr Missbrauch Egal wo bzw. wo und was es ist, es ist nicht toleriert in dieser Bewegung Die meisten tun sogar es abstreiten, dass das überhaupt Sexismus ist Und in diesen Foren, wenn sie miteinander sympathisieren Dann tut der ehemalige Leiter von Zimbabwe ihm sagen Ich tue es jetzt in meinen Worten wiedergeben Es ist alles rassistisch Diese externe Leitung Denn warum hat die adventistische Konferenz nicht einen schwarzen Leiter für die Vereinigung von Afrika? Nun die Generalkonferenz braucht ihm so einen Obama Und das wäre dann ein guter Tag Für die Adventisten Und ich würde das feiern Wenn das die Art und Weise oder die Argumentation ist, die man gegen den Adventismus bringt Dann versteht man nicht, was ich heute lehre Man versteht auch nicht, was ich 2019 an die Tafel geschrieben habe Denn als ich Afrika geschrieben habe, meinte ich Zimbabwe Denn ich wusste, was ich gesehen habe Ich habe nicht nur die Gegenwart gesehen, sondern die Zukunft Ich habe heute gesehen Ich habe den Kampf, den wir heute haben, gesehen Mit Mitgliedern einiger afrikanischen Länder Tun die Namen aus den adventistischen Mitgliederbüchern streichen lassen Ihre Namen Weil sie nicht die Mitgift zahlen Sondern von ihnen wird nicht nur erwartet, dass sie dem Adventismus folgen, sondern auch der Tradition oder Kultur Mitglieder, die die Botschaft annehmen, die die Botschaft annehmen, werden so verfolgt Und in der ganzen Welt habe ich gesehen Ich sage nicht, dass das Rassismus nicht ein Problem ist Aber wenn man den Test oder die Prüfung des Geschlechts betrachtet Und wenn man das durch seine Brille des Rassismus versucht zu betrachten Dann wirst du es nicht deutlich sehen Du wirst es entschuldigen Und du wirst ablehnen, dass es existiert Und du wirst gegen meine Leitung sein Und dann wirst du folglich auch wahrscheinlich gehen Da gibt es nicht ein Mann auf dieser Erde, wo das Geschlecht nicht der Test ist Und wenn wir durch die Brille, wo der Fokus auf den Vereinigten Staaten liegt, das schauen Dann verpassen wir das Es ist prophetisch immer noch rechtmäßig, nach den Vereinigten Staaten zu schauen Aber wir müssen diese Sünde sehen, wie sie global ist Welches bedeutet, es ist nicht nur die Sünde der Vereinigten Staaten Der Sexismus startet nicht in den Vereinigten Staaten und weitet sich dann auf die ganze Welt aus Es ist bereits schon da Es war ein Artikel gestern gab es ein Artikel In Papua New Guinea, a woman is beaten every 30 seconds In Papua New Guinea ist eine Frau jede 30 Sekunden wird sie geschlagen In that country alone In diesem Land allein 1.5 Millionen Menschen experience gender-based violence every year Es sind 1.5 Millionen Leute, die geschlechtsmäßig verfolgt werden pro Jahr oder Gewalt erfahren 15.444 Missbrauch im Land Über 15.000 Über 15.000 Only 250 were prosecuted Wurden nur 250 Zurich gebracht And less than a hundred were charged Und weniger als hundert wurden verurteilt They give some examples Ich gebe mal ein paar Beispiele A woman's body was found wrapped in a torpellen in the back of her husband's vehicle Eine Frau wurde eingewickelt in den Kofferraum ihres Mannes gefunden Als er von der Polizei befragt wurde, wird festgehalten, dass er alles gestanden hat She was clearly murdered Sie war, auf jeden Fall wurde sie ja umgebracht, ermordet Two other men were with him who were implicated Zwei weitere Männer waren mit ihm Charges were dismissed Und die Anklage wurde dann fallen gelassen Sexism does not start in the United States and spread Der Sexismus muss nicht in den Vereinigten Staaten anfangen und dann sich verbreiten Wherever you are Wo auch immer du bist It's your test Das ist dein Test To not just say it's wrong Nicht einfach nur zu sagen, dass es falsch ist If people just did that, we'd all be fine Wenn Leute das einfach nur so tun würden, dann wäre ja alles schon gut In 2019 Also in den Jahren 2019 Why do you think we're two years later and still not going to work Warum sind wir zwei Jahre später immer noch nicht arbeiten? Because everyone currently in the movement in 2019 said sexism was wrong and renounced it Denn jeder, der jetzt noch in der Bewegung ist oder beziehungsweise ist es so, dass sie 2019 gesagt haben, Sexismus ist falsch, aber dann haben sie es wieder rufen Das Problem ist Das Problem ist God said you just You not just think it's wrong, but you actually can't even see it Er sagt einfach God sagt einfach, ja, ihr seht ja noch nicht mal, dass es falsch ist Du könntest ja noch nicht mal sehen So regardless of whether you say it's right or wrong Also es kommt nicht darauf an, ob du sagst, sagst, ob es falsch ist oder richtig Wie kannst du denn davon selber loskommen? Unless you start listening to leadership Es sei denn, man fängt an, der Leitung zuzuhören Listening to the people, mostly women around you who get it Und man fängt, sollte anfangen, den Frauen um dich herum, die meisten von ihnen verstehen es, auch ihnen zuzuhören Believe them Glaubt ihnen Do something about it Und dann tu etwas I knew in 2019 that this would be used Ich wusste 2019, dass schon was benutzt werden würde Um die Blindheit gegenüber hier zu entschuldigen Und auch wenn wir jetzt den United States Act oder die Vereine gestanden, wenn sie agieren sehen Und dann gehen sie mit Afghanistan oder mit China um Dann ist es klar, dass Leute immer noch auf diesem Fokus sind, Vereinigten Staaten und auf Vereinigten Staaten Sünde Die Prophezeiung nimmt immer noch diesen roten Faden, der uns auch die Geschichte der Vereinigten Staaten gibt, um zu dem Ereignis der zweiten Wiederkunft zu gelangen Aber wenn ihr den Generalkonferenz Präsidenten betrachtet Und den Adventismus in den Vereinigten Staaten Dann verliert ihr die Sicht dafür, wie global dieses Problem ist und auch wie global dieser Test ist Denn du bist vielleicht nicht darüber getestet, was Texas tut Es wird ein wenig schwerer, wenn es sich in deinem eigenen Garten befindet Leute denken, dass ich mich verändert habe Dass ich irgendwie zurückgehe oder zurückrudere von Dingen, die ich vorher gesagt habe Ich erinnere mich an die Zeit zuvor Und ich dachte, Leute verstehen es einfach nicht Ich werde missverstanden Wenn ich gesagt habe, dass die Antwort der Vereinigten Staaten auf 9-11 komplizierter ist Dass die Probleme im Mittleren Osten zu sagen, dass sie von dem Kolonialismus stammte, das ist zu einfach Ich habe immer so gesprochen, ich habe immer so es gelehrt Was war die Ansicht oder Stellungnahme dieser Bewegung gegenüber dem Patriot Act? Patriot Act, wicked Der Patriot Act ist böse Und ich habe gesagt Nein, ist es nicht Das meiste davon ist sogar gut 2001 war das weltweite Web zwölf Jahre alt Sie brauchten Limitierungen Es wurde missgebraucht, also falsch verwendet Aber der eigentliche Schritt darin war notwendig Es hätte aber besser getan werden können Wenn man jetzt Afghanistan beiseite lässt Entschuldigung, aus Afghanistan rauszugehen war ein notwendiger Schritt Und es hätte besser getan werden können Ob es die Weltkriege waren Ob es die Weltkriege waren Oder der Patriot Act Und habe ich immer versucht, dass Leute es sehen konnten mit all den Nuancen Ich möchte diesen gleichen Punkt nochmal mit aufnehmen Aber jetzt haben wir noch eine kurze Pause Wenn ihr noch mit mir niederkniebt, dann werden wir mit einem Gebet abschließen Wir sehen diesen Test Während es weiter noch entflammt und auch noch teilt Wir wissen, dass du ein Volk vorbereitest Für diejenigen, die immer noch zwischen zwei Seiten geteilt sind Die beide Seiten betrachten Egal mit ihren eigenen Vorteilen oder ihren Freundschaften Öffne ihre Augen gegenüber den Test Öffne ihnen die Augen für das Unvermögen der Leitung dieser Bewegung Und die ignoranz gegenüber den Sexismus zu ignorieren Und die ignoranz gegenüber dem Sexismus zu ignorieren Gegenüber dem Geschlecht Kompromisse einzugehen In dieser Zeitperiode Dass wir Erfolg haben werden in dieser Bewegung Ein Zeugnis, ein Zeuge sein können Und das Werk tun, was du möchtest, dass wir tun Und ich bitte das in Jesu Namen Amen 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 Vielen Dank.